Tesla Welt wird präsentiert von Shop4Tesla. Nachhaltiges Zubehör für euer Fahrzeug. Wie zum Beispiel die To Be Fair Gummimatten, die Schutzblenden, Jackpads, Performance-Pedale, den DC-Schutz oder auch die Organizer-Box. 10% Rabatt bekommt ihr mit dem Code TeslaWelt. Link gibt's unten in der Beschreibung. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tesla Welt. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sprechen selbstverständlich über Tesla News. Allerdings reden wir auch über den Tesla-Masterplan der Firma Hertz. Dann gibt es Preissenkungen zu verkünden und zwar diesmal nicht bei Tesla, sondern der Konkurrenz. Und wir sprechen auch noch über den Bereich Tesla Energy und zwar über virtuelle Kraftwerke von Tesla. In den letzten zwei Wochen hat Tesla ja weltweit große Preissenkungen durchgeführt und die Reaktion blieb nicht aus. Auch die Konkurrenz zieht nach und senkt die Preise. Angefangen damit hat die Firma Xpeng, das ist ein chinesischer Hersteller für Elektroautos, hier ein Tweet dazu von Zoya Merit. Xpeng hat am Dienstag in einer Mitteilung auf seinem WeChat-Account Preissenkungen von bis zu 5.300 Dollar für einige Modelle in China angekündigt. Der Einstiegspreis für Fahrzeuge von Xpeng schaut ab jetzt wie folgt aus. Der G3i geht bei 22.000 US-Dollar los, dann kommt der P5 mit 23.180, dann der P7 mit 31.000 und das Fahrzeug G9 ist nicht von diesen Preissenkungen betroffen. Hier ändert sich der Preis also nicht. Ja, warum gebe ich euch diese Preisangaben mit von Modellen, von denen ihr vielleicht noch nie was gehört habt? Das sage ich einfach, um euch den Unterschied nochmal zu Tesla deutlich zu machen. Hier geht nämlich in China das Model 3 mit dem Hinterradantrieb bei 33.000 Dollar los. Das heckgetriebene Model Y startet bei 38.000 Dollar und das nach den Preiscuts in China. Ihr seht also schon, zu Fahrzeugen von der Firma Xpeng ist hier ein großer Unterschied. Die sind deutlich günstiger zu haben, aber man sieht hier schon ganz deutlich, dass sie mit dem P7 zum Beispiel gar nicht so weit vom Model 3 entfernt sind. Hier ist jetzt nach der Kürzung nur ein Abstand von 2.000 Dollar und man kann sich eben gut vorstellen, dass Tesla hier mit seinen Preissenkungen derart Druck gemacht hat, dass Xpeng hier gar keine Wahl hatte, als die Preise weiter zu senken, denn sie bieten sicher nicht die gleiche Qualität wie Tesla an. Und man könnte meinen, damit sei dann der Ausgleich wieder geschaffen, alles wie vorher, also eigentlich kein Problem für Xpeng. Das ist aber nicht ganz so, denn im Gegensatz zu Tesla kann sich Xpeng diese Preissenkungen eigentlich nicht leisten. Die kommen denen gar nicht gelegen, denn im dritten Quartal letzten Jahres, da hat Xpeng 330 Millionen Dollar Verlust gemacht und die Margen der Fahrzeuge, die sind aufgrund höherer Kosten auch sehr geschrumpft. Und das ist eben auch der ganze Unterschied. Im Gegensatz zu Tesla machen eben andere Elektro-Auto-Hersteller noch keine großen Gewinne mit den Autos und deswegen wird es für Firmen wie Xpeng oder auch NIO in Zukunft sehr schwer werden, hier gegen Tesla anzukommen. Denn ohne Gewinne und positiven Cashflow ist es eben ganz hart, dann auf Dauer zu überleben. Und wenn man eh schon Verlust mit den Fahrzeugen macht und hier nochmal 13% die Preise senkt, dann wird der Verlust eben einfach nur noch größer. Die einzige Wahl, die man hat, ist dann versuchen, durch Skaleneffekte eben hier in den grünen Bereich zu kommen. Und das ist die große Frage, wem das dann in dieser Form gelingen wird. Und Tesla hat immer noch Luft nach unten. Das heißt, sie können immer noch die Preise weiter senken. Und zwar einfach deswegen, weil Tesla auch immer weiter wächst und gleichzeitig selbst bei sich in der Produktion die Kosten weiter senkt. Ihr seht also, die Preissenkungen von Tesla schlagen auf dem Markt ein wie eine Bombe und andere Hersteller sind gezwungen, hier zu reagieren. Auch wenn sie dann vermutlich erstmal mehr Verlust machen. Gleichzeitig zeigen die Preissenkungen bei Tesla wohl große Wirkung. Es wird von einer Rekordnachfrage berichtet. Die Inventarzahlen sind im Sinkflug. Und man muss schon sagen, kein Wunder eigentlich, wenn man mal sich zum Beispiel Märkte wie Tschechien anschaut. Da ist das Model Y inzwischen das günstigste Mittelklasse-Elektroauto-SUV überhaupt am Markt. Ja, und wenn das beste Auto gleichzeitig das günstigste ist, dann könnt ihr euch ja überlegen, wie es mit der Nachfrage ausschaut. Diese Nachfrage-Explosion bei Tesla, die kann man auch zum Teil an den Versicherungsanmeldungsdaten aus China sehen, die diese Woche berichtet werden. Es gibt hier immer wöchentliche Anmeldungszahlen und die sind zu Ende des Jahres hin massiv bei Tesla eingebrochen. Und jetzt in der zweiten Januarwoche vom 9. bis 15. Januar, da ist diese Anmeldezahl wieder von 2.000 auf 13.000 gestiegen. Hier also ein massiver Anstieg der Versicherungsanmeldungen für Tesla-Fahrzeuge in China. Man sieht deutlich den Effekt. Das war auch eigentlich nicht anders zu erwarten. Und man muss jetzt eben sehen, ob das dauerhaft so bleibt. Ich würde aber mal vermuten, ja. Denn ihr wisst ja vielleicht, wie das ist mit den Preissenkungen. Der adressierbare Markt, der wächst exponentiell mit jedem Dollar, mit dem ihr die Preise anpasst, nach unten. Da gab es heute einen super Tweet dazu von Matthias Fons. Der beschreibt die Situation in den USA und sagt, Teslas adressierbarer Markt nach den Preissenkungen und der Subvention durch die USA. Das heckgetriebene Tesla Model 3 hat seinen adressierbaren Markt verzweieinhalbfacht. Bisher konnten sich nur 10% der Amerikaner ein Tesla Model 3 leisten, für 47.000 Dollar wohlgemerkt. Jetzt nach den Preissenkungen kostet das Fahrzeug 37.000 Dollar und bis zu 25% der Konsumenten in den USA können sich damit das Fahrzeug kaufen. Die Zahl ist also von 10% auf 25% um Faktor 2,5 gestiegen. Und bei Model Y, da hat es sich sogar vervierfacht. Bisher war das Model Y in den USA super teuer. Das kostete 66.000 Dollar ohne Mehrwertsteuer. Dementsprechend konnten sich nur 4% der Amerikaner sowas überhaupt leisten. Und dieser Wert ist jetzt auf 16% gestiegen. Und man sieht sehr schön an dieser Kurve, dass diese exponentiell verläuft. Das heißt, je weiter der Preis sinkt, desto mehr Leute können sich das Fahrzeug leisten. Und ab einer gewinnsten Grenze geht diese Kurve dann eben fast senkrecht nach oben. Kommen wir mal zu einem Reuters-Bericht. Da geht es um Indonesien und um Gerüchte über eine neue Tesla-Ansiedlung. Dort, davon haben wir ja schon jede Menge in der Vergangenheit gehört. Hier jetzt nochmal eine Aussage aus Regierungskreisen, dass man sich hier bald in Indonesien mit Automobilherstellern wie BYD und auch Tesla einigen will. Es geht um Produktionsanlagen für Elektrofahrzeuge. Das sagte ein hochrangiger Kabinettsminister am Dienstag. Ja, das haben wir schon oft gehört. Indonesien ist weiter oben auf der Liste. Viel mehr Bedeutung würde ich diesem Bericht aber ehrlich gesagt dann nicht beimessen. Wir werfen noch einen Blick auf den Bereich Tesla Energy. Und ihr wisst, darüber habe ich auch schon öfters gesprochen, Tesla arbeitet an sogenannten virtuellen Kraftwerken. Das ist hochspannend. Ihr kennt sicher die Powerwall von Tesla, den Heimspeicher sozusagen. Und auch dieses Produkt ist wie alle Produkte von Tesla online angebunden. Es gibt Software-Updates dafür und Tesla kann auf diese Geräte zugreifen. Das geht natürlich nur mit dem Einverständnis der Kunden und damit diese das machen, gibt es Anreize. Tesla bietet hier regelrecht einen Stromtarif für Kunden an. Diese bekommen gewisse Vergünstigungen und können mit ihrer Powerwall sogar Geld verdienen. In Kalifornien startete hier ein Pilotprojekt und das ist noch nicht kommerziell so richtig einsetzbar. Das heißt, die Leute bekommen, glaube ich, keine Vergütung bisher. Das war einer der ersten Proof of Concepts von Tesla. Ich habe euch auch darüber schon berichtet. Wer da Lust hat, kann sich das Video hier gerne nochmal anschauen. Ich versuche das mal hier eben einzublenden. Und dieses virtuelle Kraftwerk, das umfasst inzwischen 5700 Haushalte in Kalifornien. Es gibt ja eine super Webseite, die dieses Projekt verfolgt. Die heißt lastbulb.com. Den Link dazu packe ich mal unten in die Beschreibung mit rein. Und laut dieser Webseite hat dieses virtuelle Kraftwerk dem Netz mit insgesamt 577 Megawattstunden Strom ausgeholfen. Im Durchschnitt war das interessanterweise 15 Kilowattstunden pro Haushalt, pro Ereignis. Und das ist schon bezeichnend. Denn eine Powerwall, die hat gar keine 15 Kilowattstunden. Man sieht hier ganz deutlich, in den USA haben viele Hausbesitzer eben nicht nur eine Powerwall, sondern gleich drei oder vier. Das liegt vor allem aber auch daran, dass in den USA der Stromverbrauch durch die Klimaanlagen sehr viel höher ist als bei uns. Insgesamt stand dem Stromnetz pro kritischem Ereignis, wo dieses virtuelle Kraftwerk dann einspringt, 84 Megawattstunden Kapazität zur Verfügung. Und auch das ist schon der Wahnsinn. Das sind natürlich alles noch ganz kleine Schritte. Aber man kann sich sehr gut vorstellen, wo das mal hingeht, wenn hier nicht nur 5700 Haushalte, sondern vielleicht mal einfach 20.000 oder 100.000 Haushalte angeschlossen sein werden. Das hat in Zukunft ein riesiges Potenzial. Das sollten wir definitiv weiter beobachten. Das Kraftwerk ist übrigens in den letzten Monaten stark gewachsen, um ungefähr 20% seit 9. September. Kommen wir mal zum Tesla-Masterplan. Und zwar dieses Mal nicht zum Tesla-Masterplan von Elon Musk, sondern zum Tesla-Masterplan der Firma Hertz. Auch das habe ich bereits vor einiger Zeit hier besprochen. In der zweiten Jahreshälfte 2021, da hat die Firma Hertz, also die Autovermietung Hertz, die ihr alle sicher kennt, einen riesigen Deal mit Tesla abgeschlossen. Beziehungsweise sie haben einfach 100.000 Fahrzeuge geordert. Diese sollten bis Ende 2022 geliefert werden. Und das war schon eine riesige Sache, wenn man bedenkt, dass die Firma Hertz insgesamt nur eine Flotte von 500.000 Fahrzeugen hat. Und diese 100.000 Teslas, die sollten allein in den USA zum Einsatz kommen. Die Firma Hertz hat eine riesige Marketingkampagne damals gestartet, von der Tesla auch sehr profitiert hat. Und der Deal wurde in einem zweiten Schritt sogar noch erweitert. Bis zu 150.000 weitere Fahrzeuge sollten potenziell hier bestellt werden. Und Hertz hat dann auch noch das Model Y in seinem Portfolio mit aufgenommen. Und ein zweiter Coup, den die Firma damals gelandet hat, das war eine Partnerschaft mit Uber. Die wurde im Oktober 2021 bekannt. Und der Deal bestand einfach darin, dass Hertz Uber-Fahrern die Tesla-Fahrzeuge zur Miete anbieten wollte. Bis zu 50.000 Teslas sollten das bis zum Jahr 2023 werden. So viel wurde damals im Oktober 2021 bekannt. Und Uber-Fahrer, die sollten ungefähr 334 Dollar pro Woche für die Miete ihres Model 3s bezahlen. Und das inklusive Versicherung und Wartung. Diesen Preis, den wollte Uber dann sogar noch auf 299 pro Woche senken, sobald dieses Programm erweitert wird. So war damals die Aussage und das war eigentlich eine sogenannte Win-Win-Win-Win-Situation. Denn der erste Win, das war natürlich der Fakt, dass die Uber-Fahrer sehr viele Spritkosten hier sparen konnten. Und gleichzeitig das modernste und sicherste Auto fahren. Nebenbei macht Tesla-Fahren ja auch noch Spaß. Auch das sicherlich ein toller Faktor hier. Für Uber ist das Ganze auch ein guter Deal, denn sie senken dadurch ihren CO2-Fußabdruck. Uber hat erklärt, dass sie bis 2030 komplett auf elektrische Autos umsteigen möchten. Und hier ist diese Partnerschaft mit Hertz ein wichtiger Schritt in diesem Weg zur CO2-Neutralität. Ja und für Hertz war das Ganze natürlich auch gut, denn sie verdienen damit Geld. Sie können regelmäßig ihre Teslas vermieten. Und sie senken auch ihren eigenen CO2-Fußabdruck ihrer Flotte. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Und gleichzeitig, und das ist eigentlich so eine Wildcard oder so eine Option, baut Hertz hier die größte potenzielle Robo-Flotte der Welt auf. Denn alle Tesla-Fahrzeuge sollen ja in Zukunft autonom unterwegs sein. Und jetzt könnt ihr alle das Lachen anfangen und sagen, naja, aber das dauert doch noch ewig. Und bei einer Autovermietung, da sind Autos ja aufgrund der hohen Kilometerleistung gar nicht so lange im Einsatz. Das stimmt natürlich. Deswegen glaube ich auch überhaupt nicht, dass dies der primäre Grund für Hertz war, hier auf Tesla umzusteigen. Und natürlich auch die Verfügbarkeit, denn Tesla kann fast als einziger so viele Fahrzeuge liefern. Damals im Jahr 2021, da waren 100.000 Teslas ja auch noch ein riesen Ding. Heute ist das eine Wochenproduktion. Das muss man auch mal sehen. Trotzdem glaube ich, dass Hertz diese Option mit dem FSD im Hinterkopf hat. Sie werden auch in Zukunft noch sehr viel mehr Teslas kaufen. Denn auch Hertz will natürlich seine ganze Flotte auf Elektrofahrzeuge umstellen. Und auch wenn sie noch andere Marken kaufen, wird Tesla hier eine sehr große Rolle spielen. Und ich gehe davon aus, dass sie die Fahrzeuge dann auch immer wieder erneuern und dementsprechend einfach eine riesige Tesla-Flotte am Start haben werden. Und eines Tages, da kommt das FSD. Und die können diese Flotte dann auf autonome Robotaxis umstellen und sind einer der größten Player am Markt. Das hat also schon Potenzial für etwas Revolutionäres. Und auch wenn andere Firmen wie Sixt hier auch inzwischen Tesla-Fahrzeuge mit im Portfolio haben, sehe ich niemanden, der dies hier in diesem großen Umfang tut. Das wird also sehr spannend sein, das Ganze zu verfolgen, wenn FSD dann eines Tages in den USA vermutlich zuerst spruchreif wird. Und das vierte Win, das ist natürlich die Firma Tesla. Denn die profitiert davon massiv. Erstens können sie Autos verkaufen, aber sie bekommen eben komplett freies Marketing. Sowohl von der Firma Hertz, die hier große Kampagnen in den USA gefahren ist, aber auch eben von Uber. Denn jede Fahrt mit einem Uber-Tesla ist gleichzeitig eine Testfahrt für Tesla. Viele Leute, die vielleicht noch nie in einem Tesla waren, die werden mit dem Model 3 oder dem Model Y unterwegs sein. Die werden auch mit dem Fahrer sprechen. Die werden darüber sprechen, wie viel man Sprit sparen kann und dementsprechend sicher auf die Marke Tesla aufmerksam werden. All dies haben wir bereits in der vergangenen Podcast-Folge damals sicher behandelt. Allerdings gibt es jetzt Neuigkeiten hierzu. TheWorth.com hat zum Beispiel geschrieben, dass das Mietwagenunternehmen Hertz bis 2025 in ausgewählten europäischen Hauptstädten 25.000 Elektroautos, vor allem Tesla- und Polestar-Fahrzeuge für Fahrer bereitstellen möchte. Zunächst soll es in London losgehen, dann in Paris und in Amsterdam. Und auch diese Fahrzeuge sollen im Rahmen dieser Uber-Partnerschaft in den Städten unterwegs sein. Dieses ganze Konzept, nachdem es in den USA extrem erfolgreich war, kommt also zu uns nach Europa. Und das ist doch mal eine spannende Meldung. Hertz und Uber gaben bekannt, dass bis heute fast 50.000 Uber-Fahrer in den USA einen Tesla gemietet haben. Ich habe es gerade schon gesagt. Damals 2021 war das Ziel von 50.000 Teslas an Uber zu vermieten, ungefähr für das Jahr 2023 geplant. Und das ist bereits jetzt Realität geworden. Bisher wurden damit mehr als 24 Millionen vollelektrische Fahrten getätigt. Wie gesagt, das sind 24 Millionen Testfahrten für Tesla. Und es wurden mehr als 260 Millionen Meilen, das sind 418 Millionen Kilometer, gefahren. Das ist schon beeindruckend und natürlich ein Riesending für Tesla. Ja, und wenn sie das in den Großstädten mal angefangen haben, dann wird das sicher nach und nach auch überall ausgeweitet werden. Und das wird dementsprechend nochmal eine richtig große Stückzahl für Tesla werden. Und ein sehr interessantes und lukratives Modell für Uber-Fahrer, für Uber selbst und für Hertz natürlich. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ansonsten macht es ganz gut. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Wenn ihr Tesla-Zubehör braucht und den Kanal unterstützen wollt, dann schaut mal bei Shop4Tesla vorbei. Link gibt es unten in der Beschreibung. Mit dem Code TeslaWelt bekommt ihr 10% Rabatt auf die Produkte. Und natürlich wurde diese Sendung auch nach wie vor freundlicherweise von dem Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Das Podcast Mastering kommt wie immer vom Daniel.